hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute habe ich wieder den adventskalender hier von ravensburger und zwar haben wir den 12 dezember und wir können das zwölfte türchen öffnen aber erst möchte ich mal die grüße raushauen hier wo gestern fleißig in die kommentare geschrieben wurde zum ersten haben wir hier claudias fern ich schönes video es macht spaß zuzuschauen lieben groß von mir ich würde mich freuen wenn du mich wenn du mich grüßen würdest somit habe ich dich jetzt grüßt der nächste ist hier cooles video kannst du mich grüßen haben wir hier julius 1997 super video stimmig kannst du mich bitte grüßen somit bist du auch gegrüßt worden dann haben wir hier noch lasse klöber bitte grüßt mich du wurdest damit auch gegrüßt haben wir hier noch ich denke mal es heißt maurice gaming hd kannst du mich grüßen ja da fehlt zwar das bitte aber du bist trotzdem gegrüßt worden dann haben wir noch real gg hd kannst du mich grüßen nice video somit wurdest du auch grüßt gg wir kennen uns schon ein bisschen länge dann haben wir hier noch leon clark ist kannst du mich morgen grüßen ja ich habe dich jetzt gegrüßt dann haben wir noch johannes mons grüßt mich bitte wurde es auch gegrüßt da haben wir noch jesper grüßt mich bitte schreibt er somit wurde es gegrüßt und da haben wir noch den kölschen jung kannst du mich grüßen damit wurdest du auch grüßt kölsche jung ohne haben wir noch justin bester fifa gamer grüßt mich bitte schreibt er und somit wurdest du jetzt auch in diesem video gegrüßt falls du auch morgen gegrüßt werden möchtest schreibt es in die kommentare aber nur halt jeder einmal erst mal bis wir sie alle durch haben weil ja soll ja fair abgehen hier auf meinem kanal dass jeder mal hier gegrüßt wird also ich schreibe mir auch die namen auf so ist das nicht so ich denke mal wir öffnen jetzt mal das türchen so hier ist die nummer 12 also ist wieder ein puzzle ball dran ich bin mal gespannt welches schwarz könnte glattbach sein könnte glattbach sein nein es ist frankfurt grüße gehen raus an buddies united und an dings komm ich nicht auf den namen ich komm jetzt echt nicht auf den namen ich sag's euch gleich wenn ich noch meine ich sag's euch gleich wenn ich mal drauf komme an der zeit gebe ich das hier mal aus so nein machen wir es mal so dass ihr auch was seht so nirgendwo reinfallen bitte ah an längli genau längli was irgendwie stand ich jetzt auf dem schlauch also grüße gehen auch an längli hier bei schalke hätte ich eigentlich können kolle grüßen hoffenheim weiß ich gar nicht habe ich hoffenheimer fans keine ahnung bremen weiß ich auch nicht so hier haben wir teil 1 also wie gehabt teil 1 bis 4 und dann kommt der zeitraffer hier haben wir teil 2 teil 3 okay moment halte 4 hier mit halb 4 so die ersten vier teile sind zusammen und jetzt kommt der zeitraffer ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020